Es war einmal eine Maus. Willkommen in Vera City, wo das Leben glücklich ist und jeder in Frieden lebt. Jeder, bis auf eine, so ist das. Eine ist neidisch auf Minis Schönheit und ihre Bekanntheit. Die Hexe Misrabel. Eines Tages. Oh nein. Micky muss etwas unternehmen. Er jagt in deiner Hexe Misrabel hinterher. Den ganzen Weg bis zum... Bis zum Schloss der Illusionen. Mit Mickey Mouse. Drücke Start. Und damit würde ich sagen... Herzlich Willkommen zu meinem nächsten Let's Play. Juhu! Wir spielen Castle of Illusions. Und ich würde sagen, da ich nicht weiß, wie die Steuerung hier so ist, würde ich mal einfach Start drücken und... Ah, das Spiel anfangen. Ja. Yay! Beeil dich, bevor Misrabel ihre Kräfte der Illusionen benutzt, um sich selbst so aussehen zu lassen wie Minnie und Minnie böse aussehen zu lassen wie sie. Das ist ein sehr finsterer Plan. Du musst die sieben Juwelen des Regenbogens finden. Sie werden dir die Kraft geben, Misrabel zu überstehen. Hm. Aber sei vorsichtig. Die Juwelen werden beschützt von den Illusionsmeistern. Hm. Das klingt nach einer heldenhaften Quest. Ich hoffe nicht, dass das die Meister sind. Oh. Na gut, das scheinen sie nicht zu sein. Das wäre sonst zu simpel. Schön, schön. Was für ein Nahdraum ist wohl hinter dieser Tür. Uh. Ja. Und da sind wir auch schon in der Stage. Ich habe mir das Spiel schon mal angeschaut, um den Trailhauts da zu schneiden. Das heißt, ich kenne so die ersten paar Meter und weiß, wie ich Gegner besiege. Das wusste ich am Anfang nicht. Man kann nämlich nicht einfach drauf springen, sondern man muss entweder die Sprungtaste nochmal drücken oder nach unten, damit man mit seinem Pupser auf den Gegner landet. Und mit den anderen zwei Tasten kann man Gegenstände schmeißen, die man findet. Die muss ich aber erst finden. Aber die sind gleich hier am Anfang. Und zwar da oben. Wir beschmeißen unsere Gegner nämlich mit gesunden Äpfeln. Yeah. Und alle sind rot. Perfekt. Ich bin mal gespannt. Also ich kenne das Spiel wirklich nicht. Nur die ersten paar... Oh. Oh, ich bin beim letzten Mal schon auf den Reingef... Wow. Reingefallen. Ja. Dumm. Oh, das war cool. Ähm. Also ich LP das jetzt 90%... 99% blind, würde ich mal sagen. Und ja. Also das, was jetzt alles passiert, ist neu für mich. Außer diese Leane. Die kenne ich schon. Aber das erklärt sich auch von selbst, was man damit macht. So. Spuck. Kaputt. Und kaputt. Ach ja. Was ich auch noch sagen kann. Wenn ich nach unten drücke, lande ich quasi ganz knapp über dem Boden. Und wenn ich die Sprungtaste gedrückt halte beim Springen, springe ich unglaublich hoch. Das ist sehr praktisch. Und ich denke mal, ich muss das noch häufiger benutzen. So. Jetzt haben wir die mal mit einem Apfel weggeschossen. Weil die sonst zerstört. Klack. 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 Yay. Wow. So. Bin mal gespannt. Eigentlich sind die Disney-Spiele, die früher rausgekommen sind, alle eh ziemlich gut. Jetzt nicht unbedingt schwer, aber auf jeden Fall gut. Und auch relativ kreativ und abwechslungsreich. Darum freue ich mich auch schon, wieder mal so ein altes Disney-Spiel zu spielen. Klack. Weil die Spiele, die danach gekommen sind... Oh nein. Die Spiele, die danach so größtenteils von Disney rausgekommen sind, wie Quack Attack oder so... Ich weiß nicht. Damit konnte ich mich nicht so anfreunden. Aber die alten... Oh, super. Die alten waren echt alle klasse. Was war das denn? Uh. Oh mein Gott. Wow. Oh mein Gott, nein. Oh, Micky, halt dich doch bitte mal... Ach so, man kann nur von unten... Ah nein, man kann immer dran. Ich war nur zu dumm. Wow. Oh. Das ist, glaube ich, ein Leben. Ja, twice. Und wie komme ich jetzt da hoch? Ach so. Ja, gut. Das habe ich soeben rausgefunden. Schön. Hüppss. Okay. Ähm. Mhm. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ah. Ah. Oh. Ich dachte schon, da ist ein Loch. Okay. Das war überraschend. Excel. Oh, wir haben schon... Oh. Das war dreist. Wir haben es geschafft. War das schon ein Stage? Nein. Okay. Das sieht schon etwas unangenehmer aus. Oh. Okay. Okay. Mhm. Oh. Spinnen. Bam. Ha. Und ich hätte da bestimmt drauf springen müssen, um höher zu kommen. Aber ich habe es versendelt. Oh. Uh. Und. Zack. Ach so. Ich glaube, ich habe gerade eben die Logik hinter den Blättern verstanden. Was ist denn da noch? Da ist ja gar nichts. Wie uncool. Ich denke nämlich, dass wenn das Blatt hier links den Stiel hat, dann macht es nur diese Whoop-Bewegung. Und wenn das den rechts hat, wow, dann bewegt es sich, wow, auch nach rechts oder nach links. Je nachdem. Aber die bewegen sich scheinbar. Ja. Scheinbar. Oder gar nicht. Je nachdem die. Ja. Was das. Wow. Okay. Das ist nicht so leicht, wie es... Kann ich nach unten gucken? Wow. Okay. Gut. Das war... Ja. Und jetzt? Komme ich da hoch? Äh. Nee. Oh mein Gott. Komme ich da wirklich bis da rüber? Hups. Oh mein Gott. Ist das knapp gewesen. Und die stört mich. Was? Oh. Oh. Was? Die... Die Sau. Die Spinde. Das ist... Oh. Ziel. Oh. Geschafft. Wow. Das war gar nicht mal so leicht. Das war schon anspruchsvoller. Oh. Wir sind wieder in einer Gegend, die schöner ist. Ah. Oh mein Gott. Habe ich gerade gesagt, sie ist schöner? Ich glaube, das möchte ich nicht so wirklich gedacht haben. What the... Kann ich dich besiegen? Oh. Nicht ganz, aber ich kann dich benutzen. Das ist cool. Das ist übelst geil gemacht. Oh. Das sieht cool aus. Das ist richtig gut. Und da möchte ich glaube ich auch drüber. Und das meine ich mit, die alten Spiele sind einfach mal übelst cool gemacht von Disney. In den ersten drei Level schon. Also ich meine, das ist ja alles noch Level 1. Aber übelst abwechslungsreich. Das war jetzt wirklich... Oh, Geisterpilze. Wie cool. Die kann man sogar besiegen. Oh. Und was ist das? Oh. Was? Wie viele Äpfel waren denn da alles drin? Ich habe leider nicht geguckt. Da ist auch wirklich was. Oh. Oh. Oh was? Ah. Man kann nur 30 bei sich. Oh mein Gott. Du blöder Pilz. Oh. Schade. Ich dachte, ich kann den... Oh. Nochmal so viele. Oh. Ist das geil gemacht. Ich glaube, ich möchte da rum. Ist das ein Fledermann? Ja. Ich dachte, er ist kurzzeitig. Das wäre ein Item. Oh. Da geht's raus. Okay. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Okay. Oh. Die Sounds. Ich erkenne sie. Sie haben sie reused. Oh mein Gott. Das war gerade uncool. Okay. Das scheint nicht so leicht zu sein. Wo kommt's? Wo kommt's? Da kommt's. Und dann hau ich dem das einfach lieber besser so an. den Kopf. Das scheint sicherer zu sein. Und jetzt kommt's von wo? Okay. Bums. Zum Glück habe ich so viele von diesen Äpfeln bekommen. Ich hab nur noch zwei Lebens. Und ich sollte mich nichts auf Treppen lassen. Eps. Eps. Sehr gut. Ich fand mich gerade, wie ich das überhaupt auffülle. Bam. Ins Gesicht. Uh. Und, und. Ja, da stehe ich ganz gut. Zack. Ich hoffe mal nicht, da braucht ihr jetzt noch 20 Treffer, weil da muss ich nochmal auf den drauf springen. Wow. Nimm den Apfel. Ich frage mich drauf, was das Loch da soll. Vielleicht komm ich da nochmal durch. Oh mein Gott. Okay. Oh, der Sound klingt wie bei Sonic. Ein Juwel. Cool. Hier ist das rote Juwel. Du, was? Oh. Du musst noch viele sammeln, um mir nie zu retten. Wie gemein. Das muss man mir ja nicht so deutlich sagen. Das ist wie bei Sonic. Cool. Oh, Level 1 complete. Okay. Cool. Oh, ich hab irgendwas gekriegt. Bestimmten Leben oder sowas. Ein 3. Ah, ich muss was drücken selber. Okay. Hm, geschafft. Wow. Oh, wie cool. Eine weitere Tür. Was könnte wohl drin sein? Das sieht süß aus, oder? Wie Spielzeug. Das ist gut. Oh Gott. Ich liebe die Musik von alten Spielen. Das weckt Retro-Gefühle. Das ist echt toll. Okay. Aber da ich ja jetzt das Limit nicht übersteigen darf, würde ich mal sagen, beende ich den Part an dieser Stelle. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in dieser, ich denke mal, Spielzeuglandschaft wieder. Und bis dahin, euer Elik. Bye.